Das KLM 2000 von Bankkontroll ist ein elektronisches Kabellängenmessgerät für zwei- und mehrpolige Kabel bis zu einer Länge von 2000 Meter. Es funktioniert auf dem Prinzip der Signalreflexion, ist also ein sogenanntes Echometer. Es misst die Zeit, bis das Signal vom Kabelende reflektiert wird und errechnet daraus die Kabellänge. Es hat Anschlüsse für Coaxialkabel und Netzwerkkabel. Mittels Adapter können mit Kroko-Klemmen beliebige andere, mindestens zweipolige Kabel angeschlossen werden. Nach dem Einschalten wählt man zwischen Netzwerkkabel und Coaxialkabel. Wir haben hier ein Coaxialkabel, das stecken wir in die Anschlussbuchse, achten darauf, dass der Schirm auch den äußeren Kontaktrink berührt und drücken auf die Testtaste, um die Länge zu messen. Jetzt haben wir eine Länge von 5,9 Metern. Um die Länge eines Netzwerkkabels zu messen, stellen wir das Gerät um von Coaxial auf Netzwerkkabel. Jetzt erscheint ein Cat3-Kabel im Display. Da wir die Länge eines Cat5-Kabels messen wollen, wählen wir in der Bibliothek das passende Kabel aus. Anschließend stecken wir den Stecker des Kabels in die Buchse am Gerät und betätigen die Testtaste. Jetzt wird die Länge der Einzeladern paarweise angezeigt. Von 1 auf 2, von 3 auf 6, von 4 auf 5 und von 7 auf 8. So kann man auch gleich überprüfen, ob alle Einzelleiter Durchgang haben. Um die Länge anderer Kabeltypen zu messen, gibt es einen Adapter für die Coax-Buchse. Am anderen Ende sind Koko-Klemmen zum Anklemmen an beliebige andere Kabeltypen. Um die Länge einer unbekannten Kabeltype zu messen, ist es notwendig, zunächst einmal mit einem Stück mit bekannter Länge das Kabel zu registrieren. Durch einen kurzen Druck auf die Einschalttaste kommen wir ins Einstellmenü. Hier wählen wir den Menüpunkt Velocity of Propagation. Das bedeutet Geschwindigkeit der Signalausbreitung. Das ist ein für jedes Kabel typischer Wert, den wir jetzt einmal ermitteln wollen. Wir nehmen VOP-Test, um für unser Kabel den VOP-Werk zu mitteln. Der Wert von 10 Meter ist schon voreingestellt. Zufällig ist das auch die Länge unserer Kabeltrommel. Bei Bedarf könnten wir mit Set-Taste und Pfeiltasten diesen Wert verändern. Mit der roten Test-Taste starten wir den VOP-Test. Dieses Kabel hat einen Wert von 52,1%. Jetzt wählen wir die Type aus, nachdem unser Adapter an der Koaxialbuchse hängt. Stellen wir hier auf Koaxialbuchse hängt. Und jetzt können wir dem Kabel auch noch einen Namen geben. Zum Beispiel A1. Wir verlassen den Test-Modus und gehen in die Liste der Kabel. VOP-Library. Da wählen wir aus den Koaxialkabeln jetzt unser zuvor abgespeichertes Kabel aus. Mit einem Druck auf die Test-Taste messen wir die Länge des Kabels, das wir vorher registriert haben. 10 Meter. Jetzt sind wir bereit, auch andere Längen desselben Kabeltrommel zu testen. Wir hängen eine zweite Kabeltrommel an. Selber Kabeltrommel, 3x1,5 Quadratmillimeter, ebenfalls mit 10 Metern. Drücken Test und wir sehen, jetzt misst das Gerät 20 Meter Kabellänge. Wir 물어�eken uns später Kabel ab, der schaffst es, wir können Kabel ab. Wir sehen, dass wir das Gerät 20 Meter weit in den Kabel ausenglängen nehmen. Und ich wünsche euch die Längen das Gerät 20 Meter, Und ihr könnt ihr sehen, dass wir in die Längen, die Längen verschafft,